Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit dem 84 plus mal 20 seltene Spielerpack. Ich habe die SPC gerade gemacht. Ich habe es schon mal erwähnt im Video, ich wollte eigentlich die Prime Icon Spielerwahls machen. Also den Prime Icon Player Pick. 89 plus, wo drei Stück sind. Aber es hat leider nicht gereicht mit den Swaps. Deswegen mache ich jetzt einmal das 84 plus mal 20 Pack. Und danach 2 mal 85 plus mal 10 Pack. Das werde ich dann in einem anderen Video sehen. Ja, heute kamen außerdem noch die Road to the Final Karten raus. Deswegen hoffe ich mal, dass ich einen davon ziehe. So, da sind wir. 20 Spielerpack, 84 plus. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, wir ziehen einen Road to the Final. Das wäre sehr nice. Ist auch nicht unwahrscheinlich, denke ich mal. Und ja. Lasst ein Like da Leute, lasst ein Abo da. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Pack. In 3, 2, 1. Let's go. 85er Guerrero. Okay. Ich weiß nicht, ob da... Da kann Road to the Finals dahinter sein, glaube ich. Kann auf jeden Fall dahinter sein. Denke ich. Ich denke, es war nämlich immer so, dass die Road to the Finals... Was zuerst die Informs angezeigt wurden und dahinter Road to the Finals. Gucken wir mal. Ich hoffe es. Das wäre schon ein kleiner Bruch. Okay, wir sind gebrochen. Aber vom Rating her. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Workouts. 1, 85er und Rest 84er. Ja, okay. Ah, hier ist noch ein Workout. Okay. Ja gut, das Pack ist doch ganz okay. Vom Rating her. Na, weiß ich nicht. Obwohl. Ne. Ja, es geht. Ist okay. Sagen wir es so ein Standard 20x84 Plus Pack. Naja, das war es mit dem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ich hoffe, ihr hattet mehr Pack-Lack. Und ciao.